Hallo, hier ist Jannis und das ist mein Erklärvideo. Der erste Schritt, den ich mache, da ziehe ich mir hier so eine Gedanklinien. Wenn ich das gemacht habe, rechne ich immer 2 mal 1, ergibt 2. Dann schreibe ich mir das immer hier drunter. Dann, wenn ich das mittlere hier rechnen möchte, dann rechne ich 2 cm plus 1 cm, damit ich die ganze Linie von hier oben nach hier unten bekomme. Das sind 2 plus 1 sind 3 und dann rechne ich 3 mal 2 sind 6, schreibe ich mir auch hier drunter. Dann, bei dem letzten mache ich es genauso wie beim ersten, rechne ich einfach auch 2 mal 1 und wieder 2. ... und hier drunter. ... Dann habe ich hier das Ergebnis.